Natürlich. Also, willst du mir wirklich erzählen, dass du das nicht mitkriegst? Hör doch auf. Glaube ich dir kein Wort. Aber hast du das Gefühl, eine hitzige Diskussion hier gleich, aber hast du das Gefühl, dass es schlimmer geworden ist? Ja, ja, 100 Prozent. Hier sind wir wieder. Nach einer kleinen Pause sind wir mit, ich würde einfach mal sagen, Frühlingsgefühlen wieder am Start. Herzlich willkommen zu Folge 19 mit dem Thema, mir wird alles zu viel. Alexander, hallo. Hallo Christopher, ich habe dich eine Sekunde gehört und du bist mir jetzt schon zu viel. Das ist sehr sympathisch direkt von dir und ich muss auch sagen, das ist, wir können es ja erzählen, ich habe es ja auf Instagram schon erzählt, das ist nicht der erste Tag, an dem wir versuchen, diese Folge aufzunehmen. Nein. Es ist einfach so, dass ich jetzt mittlerweile in Berlin wohne, mein wunderschön neu gebautes Haus, ja, also ich wohne nicht in einem Haus, sondern ich wohne in einer Wohnung, aber es ist ja trotzdem ein Haus, in dem ich wohne, hat aber noch keinen Internetanschluss. Absurderweise, wo ich mir denke, ey, Alter, Neubau, die Leute, also manche Leute wohnen hier seit dem 1. Februar und es gibt noch keinen Internetanschluss, das heißt, jeder in diesem Haus muss über mobile Daten ins Internet gehen. Funktioniert grundsätzlich ganz okay, wir haben aber gestern versucht, den Podcast aufzunehmen und wir hatten eine Verzögerung voneinander, wenn wir uns gehört haben, von drei bis fünf Sekunden. Das heißt, es war einfach nicht möglich, ein vernünftiges Gespräch aufzunehmen. Berliner Verhältnisse, willkommen zurück, Christopher. Ey, das ist sowieso, du, weißt du, ich habe ja mit Anfang 20 bis Anfang 30 hier in Berlin gewohnt und dachte die ganze Zeit, ja, das ist so meine Stadt, hier fühle ich mich wohl. Jetzt so mit Ende 30 komme ich nach Berlin zurück und denke mir so, oh Gott, ist das asozial hier, ich will hier wieder weg, ich passe hier nicht mehr hin. Ja, ich verstehe dich, aber wir dürfen jetzt kein Berlin-Bashing machen. Berlin ist die geilste Stadt der Welt. Hör auf, du bashst Berlin in jeder Sprachnachricht, die du mir schickst. Die Leute sind hier unfreundlich, hier wird irgendwie fünf Monate später Frühling, wenn andere schon wieder Herbst haben, fängt es hier an grün zu werden für eine Woche. Ja, jedenfalls, Leute, wir nehmen jetzt hier den Podcast auf und es passt einfach perfekt zum Thema, mir wird alles zu viel. Wir haben jetzt erstmal das Problem, dass wir keine Videos haben, weil wir nehmen jetzt gerade über eine Telefonleitung auf und wir nehmen die Videos grundsätzlich auch immer mit unseren Handys auf. Das heißt, wenn wir jetzt telefonieren, können wir kein Video aufnehmen. Wir werden also in nächster Zeit erstmal nur, in Anführungszeichen, diesen Audio-Podcast haben und natürlich auf Social Media nach wie vor versuchen, irgendwas online zu stellen. Aber es wird bis zu dem Zeitpunkt, dass ich hier endlich mal einen vernünftigen Internetanschluss habe, keine Videos geben. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr traurig, aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass man uns nicht sieht, sondern hört. Wie fühlst du dich jetzt? Fühlst du dich anders, wo die Kamera nicht mehr läuft? Ich finde es cool. Ich bin sehr gespannt, wie die Folge wird und ich freue mich sowieso, dass wir das machen und dass du sowieso in Berlin bist, im wundervollen Berlin und sowieso und überhaupt und ich freue mich, dass alle wieder zuhören. Ganz genau so ist es. Und das ist nicht die einzige Änderung, dass wir keine Videos mehr aktuell haben, sondern wir haben auch ein neues Fragensystem. Normalerweise kriege ich die Fragen ja über Instagram, das ist nach wie vor so. Ihr könnt uns übrigens folgen, at Ratschläge unter Freunden oder at Christopher Kohn, das bin ich. Schön, dass ich mich als erstes genannt habe. Und at Goat030, das ist der sympathische junge Mann, nicht neben mir, sondern geistig neben mir. Wir haben ein neues Fragensystem. Das heißt, jetzt ist es so, ich werde auf Instagram das Thema vorschlagen und dann könnt ihr auf einen Link klicken und dann kommt ihr auf meine Website und dort habt ihr ein Kontaktformular. Das heißt, heute, Alex, sind die Fragen wesentlich ausführlicher und wesentlich länger, weil die Zuhörer eben die Chance haben, alles ein bisschen mehr zu erklären. So, dass ich aber auch glaube, dass es am Ende ein bisschen schwierig wird, Quickies einzubauen, weil, ich weiß, ich kann es noch nicht abschätzen, aber ich glaube, dadurch, dass die Fragen länger und intensiver sind, werden wir da wahrscheinlich auch ein bisschen länger und intensiver drüber reden. Länger und intensiver finde ich immer besser. So, da haben wir doch direkt wieder das Niveau der alten Folgen erreicht. Und das mit den Quickies müssen wir gucken, weil es kann ja nicht sein, es gibt jetzt eine Person da draußen, eine Zuhörerin, die sich freuen wird, dass sie keine Quickie-Geräusche mehr machen werden. Und es kann nicht sein, dass eine Minderheit hier ihren Willen bekommt. Entscheidet. Genau. Deswegen müssen wir es wieder einführen. Ich glaube, es ist einfach so, ich glaube, es kommt einfach auch immer auf das Thema an. Bei mir wird alles zu viel, also ich kann es dir nur sagen, wir haben, ich glaube, so 50 bis 100 E-Mails gekriegt. Normalerweise sind es so an die 200 Nachrichten auf Instagram, aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt irgendwie alles ein bisschen neuer gemacht haben, ist es weniger geworden, aber dafür intensiver. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal an alle. Vielen, vielen Dank für eure E-Mails. Und es ist der Wahnsinn, wie offen und ehrlich ihr uns schreibt. Ich würde so gerne jedem Einzelnen antworten und wir würden auch sehr gerne jede Frage in den Podcast mit reinnehmen, aber wir müssen uns natürlich auf eine Auswahl einigen. Das heißt, seid nicht böse oder traurig, wenn eure Frage nicht drin ist. Ich glaube trotzdem, dass jede Antwort, beziehungsweise jeder Ratschlag, den wir geben, irgendwas für euch dabei hat, wo ihr sagt, da könnt ihr auch was in eurer jeweiligen Situation mit rausnehmen. Damit aber alles nicht ganz neu ist, habe ich einen Witz vorbereitet. Beziehungsweise ich habe die Instagram-Community gefragt und ich habe tolle Witze gekriegt und ich freue mich auf den ersten, weil ich finde ihn lustig. Gut, ich bin gespannt. Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. Ich glaube, den kannte ich. Ist aber schon länger her. Aber der kommt mir bekannt vor. Der ist so gut. Weil sie Insekten sind. Ich finde, ach man. Also, ich wünschte, du wärst ein dankbareres Publikum. Können wir bitte anfangen. Bitte, Christopher. Erste Frage kommt von Katja. Mich nervt die Welt generell. Hass, Gewalt, Neid. Jeder ist gestresst. Überall Egoismus. Ich habe Angst um die Zukunft meiner Tochter. Wie gehe ich damit um? Angst um die Zukunft seiner Kinder, glaube ich, hat jeder. Oder die meisten Menschen. Die Welt verändert sich. Ich sage es immer wieder. Die Welt verändert sich. Man muss das in einer gewissen Hinsicht akzeptieren, dass es so ist. Die Welt wird nicht so sein wie, ich meine, guck mal, ich werde jetzt 44 dieses Jahr. Und ich kenne es ja auch. Man hat diese Sachen, vor allem wenn man Kinder hat. Ja, damals, also in meiner Zeit, da hatten wir keine Handys. In meiner Zeit, da mussten wir fern gucken. Und wenn das Programm vorbei war, dann war es vorbei und so. Und jetzt habt ihr eine Auswahl ohne Ende. Also, weißt du, die Welt verändert sich. Und das muss man akzeptieren. Es wird nie einen Stillstand geben. Und die Welt wird schneller. Die Welt wird hektischer. Man muss einen Weg finden, für sich das zu akzeptieren. Und für sich einen Weg finden, den Druck rauszunehmen. Und was die eigenen Kinder angeht, muss man verstehen und begreifen, das ist die Welt, in der sie groß werden. Und für mich ist es traurig. Für mich ist es vielleicht, es macht mir Angst. Aber daran kann ich nichts ändern. Und ich muss darin vertrauen, dass mein Kind seinen Weg gehen wird. Und ich als Elternteil habe die Möglichkeit, sage ich mal, einen gewissen Weg zu ebnen für das Kind und zu gucken, was passiert. Aber da muss man halt ein gewisses Vertrauen drin haben. Die eigene Angst muss nicht immer die Angst sein, die das Kind auch hat. Aber ich würde fast sagen, lass uns nochmal über den Anfang sprechen. Die Welt generell nervt sie. Hass, Gewalt, Neid, jeder ist gestresst, Egoismus. Würde ich komplett so unterschreiben. Okay. Du nicht? Glaubst du nicht, das ist nur ein Auszug des Lebens oder das, was man mitbekommt? Also, kriegst du es in deinem Umfeld tagtäglich mit? Ja, na voll. Okay. Natürlich. Also, willst du mir wirklich erzählen, dass du das nicht mitkriegst? Hör doch auf. Ja. Glaub ich dir kein Wort. Aber hast du das Gefühl, eine hitzige Diskussion hier gleich. Mann, Mann, Mann. Aber hast du das Gefühl, dass es schlimmer geworden ist? Ja. Ja. 100 Prozent. 100 Prozent. Woran machst du das fest? Ich kann das so unterschreiben. Naja, woran mache ich das fest? Wie die Leute miteinander umgehen, wie die Leute gucken, was medial präsent ist. Wir haben Krieg seit Monaten, seit über einem Jahr zwischen Russland und der Ukraine. Also, wer hätte sich denn sowas vorgestellt? Durch Corona sind die Leute noch mehr abgefuckt. Wir haben Strompreise, Gaspreise, die ins Unermessliche steigen. Wir haben Mieten, die ins Unermessliche steigen. Leute können, gehen von morgens bis abends arbeiten und können nichts mehr bezahlen. Dementsprechend sind sie genervt. Dementsprechend gehen sie miteinander um. Ich finde, das ist extrem schlimm geworden. Und ich meine, ja natürlich, wir sind hier, letztendlich müssen wir ja auch irgendwie auf einen positiven Nenner kommen und auf einen Ratschlag kommen, wo wir sagen, man darf jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, aber ich finde, die Welt ist wirklich, also es fuckt mich total ab, wie die Menschen miteinander umgehen. Ja, na klar, ich meine, das menschliche Verhalten verändert sich ja auch. Auch die Sprache verändert sich. Ich meine, die Sprache wird auch immer derber. Voll. Aber das Ding ist, man gewöhnt, ich glaube, dadurch, dass man sich an die Dinge irgendwann gewöhnt, ja, fängt man an, das irgendwie zu integrieren ins eigene Leben, in die eigene Sprache und dadurch ist es nicht mehr so schockierend. Ich meine, guck doch mal, welche Wörter zum Beispiel vor 50, 60 Jahren noch ein Schocker waren und heutzutage ist es so, äh, was? Also, es kann schon sein, dass wir als Menschheit immer mehr abstumpfen. Das kann ich schon nachvollziehen, kann ich verstehen, aber ich bin der Meinung, dass im eigenen Leben, sage ich mal, ja, natürlich, ich meine, Kriege auf der Welt, aber Kriege hat es auch immer schon gegeben. Es ist die Art, wie berichtet wird, wie oft darüber berichtet wird. Wir haben darüber gesprochen auf Instagram, was schlägt dir der Algorithmus vor? Das ist ja nicht mal ein Vorschlag, er serviert es dir ja quasi, ohne dass du fragst. Du kriegst viel mehr mit von der Welt, die eigentlich nicht unbedingt die Welt oder dein Alltag ist. Also, insofern würde ich da auf jeden Fall nochmal eine Abgrenzung ziehen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Okay, dann nehmen wir mal, dann nehmen wir mal so die weltpolitischen Sachen raus, weil wir sagen, ja, natürlich betreffen sie uns, aber es ist nicht unser direktes Umfeld. Aber unser direktes Umfeld ist schon, also, Alex, diese E-Mails, die E-Mails, die wir bekommen haben, das ist wirklich der Wahnsinn, was Leute da draußen durchmachen. Drei Jobs teilweise, von morgens bis abends arbeiten, Alleinerziehung, Bürokratie. Und man kommt von vorne bis hinten nicht mehr damit klar. Und dadurch, dass das halt alles so anstrengend ist, ey, guck doch mal zu. Vor drei Jahren hat man uns noch gesagt, Millionen Menschen werden sterben, alle werden an Corona sterben. Geht bloß nicht raus. Bei einer Inzidenz, die jetzt lapidar für alle ist, geht nicht mehr raus. Trefft euch Weihnachten nicht mit eurer Familie, macht gar nichts mehr, sperrt euch ein. Und Hamster kauft am besten alles. Dann geht's los, so haben wir jetzt bald einen dritten Weltkrieg. Dann geht's los, wir werden im Winter, werden wir alle erfrieren. Wir können uns das nicht mehr leisten. Also du kriegst doch nur noch Panikmache. Du kriegst doch nur noch Panikmache. Und daraus zu filtern, wo man sagt, ja okay, das halte ich jetzt mal von mir fern, finde ich so extrem schwer. Vollkommen richtig. Du kannst entscheiden, wer ist in deinem näheren Umfeld. Du kannst entscheiden, was lasse ich davon an mich ran. Aber Fakten von, ich muss tanken, es ist unfassbar teuer. Ich gehe einkaufen, es ist unfassbar teuer. Strom und Wasser und was auch immer ist unfassbar teuer. Das sind ja nur mal Fakten, da kannst du dich ja nicht von fern halten. Da kannst du ja nicht die Augen schließen, dich auf ein Meditationskissen setzen und sagen, das ist alles nicht wahr, das lasse ich alles nicht an mich ran. Doch, das ist wahr. Ja, absolut. Was die Fakten angeht, gebe ich dir absolut recht. Definitiv. Es sind brutale, harte Zeiten und man weiß auch nicht irgendwie, ist das jetzt schon das Ende? Also keine Ahnung, der 8-Euro-Döner, ist der jetzt da, ist das schon das Ende? Oder geht der noch irgendwann auf 13 Euro hoch? Was macht man in so einer Situation? Was rät man? Naja, ich glaube, ich kann Katja verstehen, weil ich finde es auch ganz schlimm und ich finde auch, jeder, der jetzt mit einer toxischen Positivität daran geht und sagt, positive Vibes, oh nee, könnte ich kotzen. Ganz ehrlich, ist nicht alles positiv und ist nicht alles positive Vibes. Das ist nicht wahr. Es ist auch mal scheiße. Und ich finde, gerade in so einer Situation braucht es auch Leute, die sagen, ja, ich verstehe dich. Und jetzt geht es aber darum, was macht man aus dieser Situation? Du kannst es halt leider gerade nicht ändern. Wie du sagtest am Anfang, die Welt ändert sich. Ich meine, ganz ehrlich, als ich Teenager war und bei meiner Familie das erste Mal das Wort geil benutzt habe, was für uns Jugendliche damals das Wort einfach geil im Sinne von, ey, mega, cool, war, war für unsere Eltern damals geil, hatte was Sexuelles. Ja, total. Und die konnten das nicht verstehen. Ich sage nur Tic-Tac-Toe, ich finde dich scheiße. Was für ein Skandal das damals war. Total. Und jetzt, Alex, ey, wir waren letzte Woche Basketballspielen auf dem Freiplatz, da waren drei, fünfzehn, weiß ich nicht, wie alt waren sie, 13, 14, 15? Ja, kann sein. Sehr groß, aber jung, ja. Genau, sehr groß, aber jung und die ganze Zeit, äh, ja, leck meine Eier. Ja, ähm, und die krassesten Schimpfwörter und ich, äh, also wo man wirklich denkt, oh, what? Das ist, wie redet ihr miteinander? Aber das ist für die halt in Ordnung. Die nehmen es halt nicht persönlich, weil sie wissen, das ist jetzt so der aktuelle Sprachgebrauch, ob man das mag oder nicht mag. Also ich glaube, Zeiten verändern sich, Sprache verändert sich. Ich, ich glaube, da muss man halt auch wirklich für sich gucken, gehe ich noch oder, oder kann ich noch mit der Zeit gehen, so, ne, jede Generation, wenn sie älter wird, sagt, meine Eltern haben das damals gesagt, deine Eltern werden dir das bestimmt auch gesagt, was guckst du denn da für Filme, was hörst du denn da für Musik, so, wie könnt ihr denn sowas hören? Ja. Ich glaube, das ist eine normale Entwicklung, aber, aber dass die Welt abgefuckt ist, finde ich, kann ich mich nicht von freisprechen, würde ich so unterschreiben. Ne, unterschreibe ich ja auch und es ist natürlich bitter, also wenn ich höre, drei Jobs irgendwie, du arbeitest in drei Jobs, um das Geld zu verdienen und bist alleinerziehend, das sind ja schon echt amerikanische Verhältnisse. Also, ich war, ich war ja drüben, jetzt im Urlaub und mit meinen Jungs und wir waren irgendwie bei Dunkin' Donuts und da war ein Baby in der Babyschale, ne, auf, auf, auf dieser Sitzbank und wir haben uns gewundert und da hat es irgendwann geweint, wir meinten das, ey, wo ist denn die Mutter und keine Ahnung, irgendwann kam die Mitarbeiterin raus und hat sich ums Baby gekümmert, also sie arbeitet bei Dunkin' Donuts und muss ihr kleines Baby quasi da, ne, da sitzen, liegen lassen um und arbeitet und geht dann hin. Also, es war echt krass, ich hab's gesehen, dachte mir so, boah, und wenn ich das halt höre, ich dachte irgendwie, in Deutschland, ja, sind wir noch weit, weit davon entfernt, aber wenn jemand drei Jobs, boah, was sagst du zu jemandem? Das ist natürlich super, super krass. Ja, also, das ist ja jetzt nicht der Fall von, genau, das ist jetzt, glaube ich, nicht der Fall von Katja mit den drei Jobs, sonst hätte ich's mit reingenommen. Es geht nur darum, dass, also von den vielen E-Mails, die wir bekommen haben, also, ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte ist unfassbar überfordert von der Welt. Und, ja, du hast ja relativ schnell oder am Anfang schon gesagt, was man da machen kann. Also, ich glaube, es gibt bestimmte Fakten, die kannst du nicht ändern. Es gibt einfach nur die Möglichkeit, einen Weg zu finden, damit umzugehen und das hast du ja am Anfang halt auch gesagt, schaffe dir ein Umfeld, also ein näheres Umfeld, wo du mich gefragt hast, ob ich das so in meinem näheren Umfeld wahrnehme, wo man sagt, das ist, das ist für mich in Ordnung, das ist meine Familie, das sind meine Freunde, versuche ich das, was ich ändern, also was ich nicht ändern kann, möglichst weit nach hinten zu schieben und dann halt auch wirklich der Punkt, Angst um seine Kinder, kann ich absolut nachvollziehen, aber ich glaube, da muss man einfach dieses an sich arbeiten und dieses Vertrauen aufbauen, zu sagen, ey, meine Eltern hatten auch Angst um mich und die Zeit hat sich damals auch verändert und wenn meine Kinder später Kinder haben, dann wird es denen genauso gehen. Ich glaube, man kann nur in dieser Situation sagen, ich erziehe meine Kinder nach bestmöglichem Gewissen und dementsprechend vertraue ich ihnen, dass sie die richtige Entscheidung treffen und dass sie sich von diesem Übel fernhalten und dass sie genauso toll und groß und stark werden, wie ich es bin. Also ich glaube, da gehört eine Menge Portion Vertrauen dazu. Absolut, definitiv. Ich meine, es ist ja schön, dass man diese Angst hat, weil es zeigt ja, dass einem seine Kinder was bedeuten und wichtig sind, aber da muss man ab einem gewissen Punkt versuchen loszulassen oder sich vor Augen zu führen. Es gibt gewisse Dinge, die kann ich nicht beeinflussen so. Und das ist die Welt, in der sie leben, da hatte ich die Verantwortung für, ich habe sie in diese Welt gesetzt. Gut, da war ich mir vielleicht nicht bewusst, dass die Welt sich verändern wird. Mensch, wir sind Tiere, wir passen uns an. Und das war schon immer so. Nein, das ist so. Guck dir doch mal los. Da sind wir aber wieder bei, nicht alles ist anders in unserem Podcast. Dieser Vergleich ist ... Nein, aber es gab auch in unserer Kindheit, die wir als wow so toll wahrnehmen, war diese Welt schon zu schnell für die Generation davor, weißt du, teilweise. Ja, absolut. Klar. Von daher, dieses Verhältnis wird sich, glaube ich, nur schwer ändern. Und wir leben in einer Welt, die sich immer schneller verändert, vor allem. Ja. Und ich glaube vor allem auch ein wichtiger Punkt ist, wir haben Angst um die Zukunft unserer Kinder, weil wir jetzt gerade ganz neu mit dieser Situation konfrontiert sind. Die Kinder wachsen aber in dieser Welt auf. So, weißt du, wie ... Also jetzt so ein Beispiel, wenn ich meiner Oma ein Smartphone in die Hand gegeben hätte oder geben würde, dann was soll sie mit diesem Ding anfangen? Aber Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, die wachsen damit auf. Und die wachsen auch mit dieser Situation auf. Und die wachsen auch damit auf, wie die Stimmung, wie die Schwankung gerade ist. Und ich glaube, dementsprechend können sie von Anfang an damit viel, viel besser umgehen als die, die das noch, die das die letzten 30, 40 Jahre nicht hatten. Ja. Absolut. Und ich glaube, da muss man einfach dieses Vertrauen haben, zu sagen, ja, es gibt Hass, es gibt Gewalt, es gibt Egoismus. Ich kann meine Kinder nur so erziehen, dass sie nicht so sein werden, aber gleichzeitig den Kindern auch irgendwie sagen, seid stark genug, um das irgendwie zu handeln. Und wir gehen da ja auch irgendwie so ein bisschen in die Richtung von mentaler Gesundheit. Das Thema wird ja immer größer. Es wird ja immer mehr dahin geschult, dass man auf sich achten muss. Und dass man eben nicht Opfer seiner Umstände ist. Ich habe es eben gerade gesagt, es geht immer mehr Richtung mentale Gesundheit. Das wird immer ein größeres Thema, was ich großartig finde. Aber Kathi hat damit ein Problem. Und zwar schreibt Kathi, plötzlich haben alle Influencer Depressionen, Panikattacken oder andere psychische Probleme. Das nervt mich. Ich war selbst lange depressiv und fühle mich durch diesen Trend verarscht. Geil. Finde ich cool. Finde ich richtig, richtig gut. Ja, dass es mal jemand ausspricht und erkennt. Weil wir sehen es ja genauso. Wir sehen es genauso, absolut. Es ist ja auch so. Ich habe die Frage gesehen und dachte mir so, ja, passt. Also ist auch so ein Thema bei mir gerade aktuell. Deswegen habe ich mich gefreut, dass wirklich jemand die Frage gestellt hat. Ja, finde ich super. Du fühlst dich zu Recht verarscht. Hat sie irgendwie sonst noch was gefragt oder war das nur eine Feststellung? Nee, das war eine Feststellung. Aber ich glaube, in solchen E-Mails geht es dann eher darum, weil mir wird alles zu viel. Das wird zu viel. Und wir machen jetzt halt da raus. Und sonst würde man ja auch nicht die E-Mail schreiben quasi. Ja, was macht man da? Wie geht man damit um? Können wir das nachvollziehen? Können wir das nicht nachvollziehen? Sehen wir das übertrieben von Kati an dieser Stelle oder sehen wir das nicht darum? Das heißt, das neue Fragensystem ist jetzt natürlich offen für Interpretation so ein bisschen auch. Was ist genau das Problem? Aber eigentlich geht es jetzt darum, Kati will das raushauen und wir reden jetzt einfach mal darüber. Okay. Wie siehst du das denn? Ich sehe es genauso. Ich muss aber sagen, mein Instagram-Social-Media-Feed schlägt mir die gar nicht so viel vor. Also ich habe gar keine Influencer. Also wie gesagt, wir hatten schon mal drüber gequatscht. Bei mir ist es irgendwie Basketball, Gitarren und in letzter Zeit lustige Tiervideos. Aber dem einen oder anderen Schauspieler folge ich auch. Und also mir geht es genauso. Ich kriege teilweise das Kotzen. Ich denke mir nur so, mein Gott, ich fand dich immer cool. Und jetzt sehe ich dich, wie du da zu Hause in deinem Wohnzimmer ständig irgendwie Selfie-Videos aufnimmst. Und du warst doch mein Gitarren-Gott so. Ich weiß nicht, ich will dich nicht im Unterhemd sehen und dass du mir erzählst. Weißt du, was ich meine? Das ist so. Ja, also deswegen, mir wird es nur, sage ich mal, geringfügig vorgeschlagen. Aber wie ist das bei dir? Ja, ich kriege das immer so ein bisschen mit. Weil es ist, also ich kann Kati da wirklich verstehen. Ich habe auch das Gefühl, es ist ein Trend. Also in meiner Timeline ist es jetzt nicht unbedingt. Aber wenn man bei TikTok guckt, da wäre, also TikTok, da werden ja die meisten Videos angezeigt von den Leuten, denen du gar nicht folgst. Es gibt ja diese For You-Page. Und ich habe da jetzt bestimmt 10 bis 20 Content-Creator, Influencer gesehen, die alle das gleiche Video machen. Wo sie irgendwie am Strand spazieren gehen oder wo sie traurig in der Ecke sitzen und dann kommt so ein Standardtext. Wenn ihr mich seht, denkt ihr, ich wäre immer gut drauf. Ich wäre stark. Ich wäre selbstbewusst. Aber ich habe Panikattacken. Ich fühle mich einsam. Ich bin depressiv. Und das sehe ich halt von ganz vielen Reihenweise. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle auch nochmal sagen, wenn Leute depressiv sind, wenn sie psychisch gerade Schwierigkeiten haben, dann ist das so. Darüber reden wir jetzt auch gar nicht. Dass wenn es Leuten wirklich nicht gut geht, dann würde ich das niemals irgendwem absprechen. Aber ich habe halt auch gerade das Gefühl, dass das ein Trend ist. Es ist so ein bisschen trendy halt zu sagen, ja, ich bin depressiv. Ich habe depressive Phasen. Mir geht es nicht gut. Es gibt ganz viele Influencer, die sich bei vermeintlichen Panikattacken filmen, wo ich dann denke, es ist einerseits, ist das gut, ist das extrem gut. Ja, wirklich. Es ist extrem gut, über dieses Thema zu sprechen. Ich meine, deswegen machen wir hier diesen Podcast. Auch ich beschäftige mich seit Jahren mit mentaler Gesundheit. Ich meditiere, ich lese, ich höre andere Podcasts. Wir unterhalten uns viel. Ich war bei einer Psychologin über eine längere Zeit. Alles, alles okay. Alles auch gut und alles auch wichtig. Aber wenn es halt ein Trend ist, um damit Aufmerksamkeit zu erregen, dann verstehe ich die Menschen, die wirklich psychisch erkrankt sind, dass die sich davon genervt fühlen. Und mein Gefühl ist halt immer, wenn ich eine Panikattacke habe, ja, dann ist mein erster Schritt nicht dazu, das Handy zu nehmen, auf Racket zu drücken und mich dabei zu filmen. Meine Erfahrung ist, wenn es dir psychisch nicht gut geht, wenn du depressiv bist, wenn du Panikattacken hast, dass das sehr, sehr schwer ist, darüber zu reden. Und die Tendenz, das dann medial auszuschlachten, um Aufmerksamkeit zu kriegen, ich glaube, die ist halt wirklich bei vielen Leuten mittlerweile da. Und deswegen verstehe ich, dass Erkrankte sich davon getriggert fühlen. Das ist echt crazy. Nee, das kriege ich alles nicht mit, muss ich gestehen. Also es wird mir nicht vorgeschlagen. Aber ja, klar, ich meine, da fässt du dir ja den Kopf und denkst dir, Alter, was ist das so? Aber da bist du halt wieder an dem Punkt, in welche Welt steuern wir so, ne? Ich bin aber der Meinung, ich sage ja immer so, wir Menschen waren immer so. Und es kommt jetzt nur noch in einem neuen Gewand, in einem anderen Gewand. Kannst du das denn nachvollziehen, dass wenn, dass, 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 dass Leute wirklich nervt, wenn man das Gefühl hat, es ist jetzt aktuell ein Trend? Oder sagst du, nee, es ist doch gut. Egal, ob es ein Trend ist oder nicht ein Trend, es ist doch wichtig, darüber zu reden. Nee, ich kann es voll verstehen. Also mich fuckt sowas auch ab. Mich nervt es auch. Ich bin da auch echt leicht triggerbar bei sowas. Gleichzeitig, ja, musst, musst du aber irgendwie auch hinnehmen, dass das so ist, ne? Dass die Leute das machen. Aber, also, geh mir weg mit sowas, wirklich. Ich kann das auch nicht ab. Nee, es ist so. Es ist so. Ich bin, ich bin auch irgendwie, keine Ahnung. Ich, Leuten, denen ich folge, auch Stars, hab's schon mal gesagt, irgendwann gehen die mir so auf die Nerven, dass ich dann wirklich teilweise denen, weiß ich nicht, nicht mehr folge, weil sie, weil sie so, so sehr nach Aufmerksamkeit lächzen und so. Und das ist so. Und wenn ich das wahrnehme, dann, dann mag ich das einfach nicht. Das ist so, das ist so wie jemand, der sich dir aufdrängt. So, hallo, äh, guck mal, was ich mache und so. Und ich denke mir nur so, ja, aber mach doch irgendwie was cool ist, was gehaltvoll ist, so. Und ich, weißt du? Aber guck mal, guck mal, du hast ja, du hast ja in einer der letzten, also der ersten Folgen hast du ja, glaube ich, auch darüber gesprochen, ähm, dass du auch eine ganz schwierige Phase hattest. Wo du gesagt hast, im Podcast, du hast dich auf den Boden gelegt und du hast keinen Bock mehr aufzustehen. Ja. Wenn du in so einer Phase dich befindest, und das frage ich jetzt einfach, und jeder Mensch ist natürlich anders. Aber bist du in dem Moment in der Lage, dich dabei zu filmen und das online zu stellen und zu sagen, ich bin depressiv? Ich wäre in der Lage, wenn ich der Typ Mensch wäre. Weil ich bin so jemand, gut, ich bin auch jemand, der sich halt nicht so sehr anderen aufdrängt, sage ich mal. Ich, ich nehme nur schwer Hilfe an, sage ich mal. Oder, ne, ich versuche mal, die Dinge für mich zu klären. Also ich bin keiner, der dann, wenn er liegt und nicht mehr vom Boden hochkommt, weil er komplett depressiv ist, dann greife ich nicht zum Handy und filme, ähm, weil mir persönlich das unangenehm ist, so anderen gegenüber. Das ist so, hast du es? Naja, also ich, ich hab, ich hab, ja, ich hab ja eine ähnliche, also ich sag ja, jeder Mensch ist anders so und das kann man auch keinmal absprechen. Aber ich hab ja das ähnliche Gefühl, dass, guck mal, ich hab über meine Hochsensibilität ein bisschen im Podcast gesprochen und ich hab dazu auch Interviews gegeben. So, jetzt kamen aber auch in der Zeit Leute auf mich zu und meinten, äh, du hast jetzt psychische Probleme? Wo ich dann denke, ey, alter Mann, das ist so, äh, das ist eine Charaktereigenschaft. Das sind keine psychischen Probleme. Das, das ist keine, das ist keine Diagnose von, oh Gott, ähm, du musst dich jetzt aber mal therapieren lassen. Sondern das ist so, so wie ich blonde Haare habe, habe ich halt diese Charaktereigenschaft. Ich habe aber auch Sachen in meinem Leben, wo ich jetzt nicht drüber offen sprechen kann, weil es mir unangenehm ist oder weil ich mich da nicht stark genug fühle oder, oder weil ich da noch nicht bereit bin, drüber zu reden. Und, und wenn ich dann einfach so sehe, es ist ein Trend und, und, und es gibt gerade Aufmerksamkeit, dann fühle selbst ich mich verarscht. Wenn ich dann bei Influencern lese, ja, ich hatte Panikattacken, ich war dann vier Wochen in einer Therapie und jetzt bin ich ein neuer Mensch. Ich kenne depressive Menschen. Ich habe mich viel mit depressiven Menschen beschäftigt. Die gehen nicht vier Wochen zur, zur Therapie und sagen dann, jetzt bin ich wieder ein neuer Mensch. Das ist in den meisten Fällen nicht so. Und, und ich glaube, das schürt auch Druck, so, oh krass, die ist jetzt vier Wochen zur Therapie gegangen und jetzt postet sie wieder ihren neuen Freund und ist wieder der glücklichste Mensch der Welt. Warum schaffe ich das denn nicht? Ich glaube, das ist nicht die reale Welt von psychischen Problemen. Absolut. Absolut. Wurde dir denn auch unterstellt, dass du es nur machst, weil es ein Trend ist? Nee, das nicht. Unterschwellig? Also, ich habe wirklich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr, sehr viele Nachrichten gekriegt. Ich würde mal sagen, von 100 Nachrichten waren 99 toll, dass du dieses Thema ansprichst, weil darüber reden noch nicht viel. Aber einer war mit Sicherheit auch dabei, der gesagt hat, oh Gott, jetzt kommt der nächste Promi, der über sowas redet. Und, und das ist halt wirklich, ich finde diese, diese Sache so, das ist halt wirklich für mich auch so ein schmaler Grad. Wenn jemand krank ist, wenn jemand psychische Probleme hat, wenn jemand über etwas reden möchte, um sich selbst damit zu helfen, dann ist das toll. Und ich finde auch, dieses Thema gehört an die Öffentlichkeit, um einfach zu zeigen, du bist nicht der Einzige da draußen, der Probleme hat. Aber wenn ich auch nur das geringste Gefühl habe, das macht jetzt jeder und jeder zur gleichen Zeit und jeder mit demselben Muster, dann unterstelle ich da, naja, gibt halt Klicks und Aufmerksamkeit. Und das kotzt mich halt für die Menschen an, die wirklich ernsthaft erkrankt sind. Absolut. Ich meine, es hat ja insofern was Gutes, dass die Aufmerksamkeit auf jeden Fall da ist. Das sage ich mal, ist das Positive dabei. Aber wenn wirklich jeder Hansel das macht und halt wirklich nur aus komplett egoistischer Motivation ist es einfach zum Kotzen. Das ist so wie wohltätig sein und spenden und das halt aber nur für die Kamera. Das ist das selbe Prinzip. Und das kotzt mich persönlich an. Manche Menschen kotzen nicht an, die finden es toll. Ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Nee, ich glaube, es ist einfach auch so, dass man da, ne? Also man darf grundsätzlich niemandem erst mal unterstellen, dass man das aus, aus Famegeilheit, sage ich jetzt mal, das macht. Sondern man muss erst mal davon ausgehen, okay, das ist die Wahrheit und das stimmt und das ist vielleicht auch ein Stück Teil der Selbsttherapie, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber ich kann das von Kati schon sehr gut verstehen und ich bin ja auch einige Male auf TikTok live gegangen und habe quasi mit, habe Zuschauer und Zuschauerinnen dazugeholt und du hast selbst da irgendwie so gemerkt, dass Leute online gekommen sind und gesagt haben, ich bin depressiv und dann das vom Gefühl her so ein bisschen als auch Ausrede benutzt haben, warum sie nicht arbeiten gehen können, warum sie das nicht machen, warum sie sich hängen lassen. So wie ich ja damals bei Hochsensibilität auch gesagt habe, ich könnte natürlich auch jederzeit das als Ausrede benutzen und sagen, ja nee, die Welt wird mir zu viel. Ich spüre halt und fühle halt wesentlich mehr und deswegen bin ich auch nicht mehr kritikfähig, aber das darf es halt nicht sein. Und dann hatte ich eine Mutter im Stream, die einfach sich mit mir unterhalten wollte und die ganz glücklich und zufrieden war und gelächelt hat und gesagt hat, Mensch, wie schön, dass wir uns mal unterhalten. Und ich dann einfach am Ende gesagt habe, sag mal, kurze Frage, du strahlst so, wie geht es dir denn eigentlich? Du bist glücklich, oder? Und in dem Moment fängt sie an zu weinen und sagt, naja, es ist alles schwer. Und da merkst du dann halt, da steckt so viel dahinter. Und das heißt nicht, weil man über Depressionen redet, dass man nicht wirklich depressiv ist oder depressiv war, keine Frage. Aber den meisten Menschen, denen es wirklich nicht gut geht, denen sieht man es nicht an. Und die würden niemals auf die Idee kommen, sich bei einer Panikattacke selbst zu filmen und das ins Internet zu stellen. Ratschlag ist, ich glaube, anstatt Angst und Misstrauen, Liebe und Vertrauen in sich zu kultivieren und zu sagen, gut, wir gehen jetzt davon aus, das ist alles echt. Und wenn ich das Gefühl habe, es belastet mich aber, es zieht mich runter, es triggert mich vielleicht sogar in die falsche Richtung, dass ich sage, oh Gott, warum bin ich nicht in der Lage, innerhalb von vier Wochen geheilt zu sein? Entfolgen, nicht angucken, nicht mit beschäftigen, sich auf seinen eigenen Kosmos konzentrieren und sagen, selbst wenn sie es aufgrund der Bekanntheit, des Fames machen wollen, dann ist das ihr Business. Das hat nichts mit mir zu tun. Finde ich nicht cool, möchte nichts mit zu tun haben, aber betrifft mich persönlich jetzt auch nicht. Ich glaube, das muss man innerlich kultivieren. Ja, sowieso innerlich sehr kultivieren. Das hatte ich mal ganz gut drauf, die Scheiß-drauf-Attitüde. Also wirklich so, ja, die macht es jetzt gerade, die Person, und ich sehe, sie schlachtet es aus. Das ist einfach nur mediale Aufmerksamkeit, Klicks etc. Und sich einfach sagen, es regt mich gerade auf, aber eigentlich könnte es mir doch kackegal sein. Ich kenne diese Frau nicht, ich habe nichts mit der zu tun, ich gucke einfach woanders hin jetzt. Weißt du? Das ist so, weil sich reinsteigern, wenn du anfängst, dich reinzusteigern, dann geht es weiter, weiter, weiter und es tut dir ja dann auch nicht gut. Das ist, ich sage mal so, wir sind ja ein bisschen, ich finde, die Welt ist ein riesiges Klassenzimmer und du hast, du hast so wie in der Schulklasse damals, du hast ganz gewisse Typen, Charaktere in dieser Klasse und da hast du dann auch die eine Person, die super hysterisch ist und sagt, mir geht es nicht gut und zum Lehrer rennt und keine Ahnung, ich muss nach Hause, ich bin krank und keine Ahnung. Und jeder checkt, okay, derjenige lügt gerade so, hat keinen Bock auf Schule und dann gibt es welche, die sind ganz still, sitzen still in der Ecke und die haben ganz viel mit sich auszumachen und zu verarbeiten, denen geht es nicht gut und dann hast du irgendwelche Bullis, Mobber und so. Also ich finde, die Welt ist für mich ein ganz großes Klassenzimmer und da muss man gucken, neben wen man sich setzt in der Klasse. Sehr schön. Oh, das ist ein gutes Zitat. Sag es nochmal, sag es einfach, ich fand es so schön. Sag du es nochmal in einem Satz, ich finde es so schön. Die Welt ist ein riesiges Klassenzimmer und du musst dir gut überlegen, neben wen du dich setzt. Perfekt. I love it. Ich liebe es. Wirklich. Ich finde es richtig, richtig, richtig gut. Ja. Und es ist so. Es ist einfach so. Ja. Ja. Gut. Perfekt. Nächste Sache. Nächste Frage. Nächste E-Mail. Anja. Mir wird alles zu viel, was die Partnersuche betrifft. Und jetzt kommen die Fakten, die wir sonst nicht hatten. Bei Anja ist es so, die Männer, die sie kennenlernt, empfindet sie als oberflächlich, emotional nicht greifbar. Alle sind verletzt. Alle hängen in alten Beziehungen fest, sehen aber nicht Dinge, die sie selbst ändern könnten. Anja sagt, sie braucht keinen Partner. Sie kommt sehr gut alleine klar, aber sie sehnt sich eben doch nach Zweisamkeit. Was würden wir in so einer Situation tun? Ja, ich kenne es. Ich kenne es. Man wird halt auch immer kauziger so mit der Zeit, ne? Und, also ich kenne es bei mir. Ich baue auch immer, weiß ich nicht, die, die, nicht eine Messlatte, aber es gibt gewisse Dinge, aber die sind wirklich so, die mich dann auch stören beim anderen Geschlecht. Und wo ich merke, also das irgendwie kann ich nicht mehr akzeptieren. Das kann ich nicht mehr akzeptieren. Und die Person macht das. Und weiß ich nicht, alle Frauen, die ich treffe, die, die wollen immer, sind hilfsbedürftig. Und die wollen irgendwie, dass man denen raushilft aus ihren Problemen und so. Und ich habe da auch ein gewisses Muster entdeckt, auch bei mir. Und die Frage ist halt so, ob man es sich nicht selber natürlich dadurch auch nochmal schwerer macht. Weil kein Mensch ist perfekt da draußen. Und jemand, der, weiß ich nicht, in einer Beziehung steckt oder was noch nicht verarbeitet hat, dem kannst du das ja letztlich auch nicht vorwerfen. Es ist halt nur bescheuert, dass man auf diese Person trifft, obwohl man selber an einem anderen Punkt ist und das auch nicht mehr möchte. Man geht halt nicht mehr so blauäugig in eine Partnersuche oder eine Partnerschaft rein, wie man es jetzt noch mit, weiß ich nicht, 18, 19, 20 gemacht hätte. Ja, ich kenne es. Ich sehe mich auch nach einer Zweisamkeit. Ich sehe aber auch die Vorzüge des Solo-Seins, sei es mit dem Zeitmanagement etc. Aber ich kann es total nachvollziehen. Partnersuche ist ja sowieso, haben wir in vielen Folgen besprochen, ist ja wirklich eine schwierige Nummer. Ja. Weil man muss halt auch immer wissen, da müssen zwei Leute aufeinandertreffen, die ähnliche Vorstellungen haben oder die einen ähnlichen Toleranzbereich haben oder den Toleranzbereich für den anderen und der andere für den einen selbst. Das ist nicht einfach. Ich glaube auch, je älter man wird, sagtest du gerade auch, immer schwieriger, weil man wird selbst immer kauziger. Man wird immer festgefahrener in seiner Welt. Dementsprechend wird der Gegenüber, der sich, sagen wir mal, in einer relativen Altersklasse von dir selbst befindet, auch dieses Problem haben. Je länger du alleine bist, umso weniger kompromissbereit bist du auch. Ist einfach so, weil du kannst dich natürlich auch extrem daran gewöhnen, alleine zu sein. Und dann musst du erst mal auf jemanden treffen, der das genauso sieht wie du. Weil du hast es, der Zitate-König Alex, sagte auch ja mal so schön, eine Couch oder ein Sofa kann man zu zweit tragen, alleine nicht. Und das ist halt auch wirklich so. Es bringt ja, es nützt dir ja nichts. Und das ist ja das Problem von Anja auch. Sie beschäftigt sich sehr mit sich selbst. Sie ist da, glaube ich, auch sehr selbstreflektiert. Sie arbeitet an sich. Aber du musst halt auch auf jemanden treffen, der das genauso macht. Und ich glaube, dadurch, dass es halt so auch extrem schwer ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen, machen das nicht viele. Was willst du in so einer Situation machen? Ich glaube, du kannst den anderen ja nicht beeinflussen. Wenn er sich nicht mit sich beschäftigt, wenn er noch in alten Beziehungen festhängt, wenn er seine eigenen Päckchen mitzutragen hat oder so wie ich gesagt habe, der Rucksack ist halt voll, dann kannst du es nicht ändern. Du kannst aber immer wieder an deiner Einstellung was machen. Es ist, glaube ich, schön und gut, wenn du dich selbst mit dir beschäftigst. Aber du darfst dann nicht davon ausgehen, dass das der Gegenüber genauso macht. Und dementsprechend, je mehr du dich auch mit dir selbst beschäftigst, Alex, und je mehr du für dich feststellst, das will ich, das kann ich, das möchte ich, das brauche ich, umso festgefahrener wirst du vielleicht auch in der Partnersuche. Man muss sich vor Augen führen, ohne dass es jetzt arrogant klingt, aber je selbstreflektierter du bist und je mehr du die Dinge wahrnimmst, die ja, wir gehen mal davon aus, dass sie auch wirklich stimmen, je mehr du die Dinge wahrnimmst, desto mehr weißt du de facto. Du hast letztlich eine größere, stärkere Wahrnehmung, ein besseres Verständnis von einer Partnerschaft oder von dem Partner, den du triffst. Und diese Person hat offenbar nicht dasselbe Wissen, so wie du gesagt hast. Ist nicht so selbstreflektiert wie du zum Beispiel. Das macht es halt schwer. Das ist so, als ob du ein bisschen mehr weißt und es mit jemandem zu tun hat, der weniger weiß. Und in dem Moment bist du eigentlich in einer Situation, wo du noch geduldiger sein müsstest und es versuchen müsstest, dem anderen zu vermitteln. Weißt du? Ja, genau. Aber dann kommst du auch ganz schnell, glaube ich, in dieses Oberlehrer, in diese Oberlehrernummer. Wer will sich denn ständig belehren lassen? Entweder, aber es kommt ja darauf an, wie du kommunizierst. Das muss ja nicht der Oberlehrer sein, aber es ist definitiv eine gewisse Arbeit, die man irgendwie reinstecken muss. Und das ist schwierig, wenn man selber an einem Punkt ist, wo man eigentlich auch vielleicht selbst verletzt ist von der letzten Geschichte, von der letzten Partnerschaft etc., wo man eigentlich an einem Punkt ist, nee, ich will eigentlich mal, dass jemand irgendwie auf mich guckt oder mal auf mich zukommt. Und das ist dann, das kenne ich bei mir, das ist eine schwierige Situation. Eigentlich müsste man, ist man, sage ich mal, die weisere Person und müsste versuchen, ey, zu kommunizieren, zu vermitteln, ey, guck mal, ich wünsche mir das von dir oder ich merke, das ist so. Und, weißt du? Aber eigentlich ist man in der Situation, dass man sich denkt, ey, eigentlich bin ich so eine coole, liebe Person und eigentlich würde ich mir mal wünschen, dass ich jemanden treffe, der auf mich eingeht. So, weißt du? Ja, absolut. Absolut. Also, es, wir sagen ja auch immer, und das ist ja auch aus unserer Sicht die Wahrheit, ne, redet miteinander, kommuniziert, aber auch das ist ja nicht immer einfach, ne? Also, das klingt immer so, ja, dann geh doch zu deinem Partner hin und sag ihm oder ihr, pass auf, ich liebe dich und ich möchte aber, dass wir an einem gemeinsamen Strang ziehen. Ich möchte nicht mehr, dass du so mit mir redest. Ich möchte, dass du das nicht mehr machst, weil, weil mich verletzt das. So, und in einer idealen Welt steht der Partner jetzt gegenüber und sagt, danke, dass du das so offen ansprichst. Ich bin jetzt vielleicht auch emotional getriggert. Ich nehme mir jetzt mal 10, 20 Minuten Zeit und dann reden wir darüber und dann werden wir einen gemeinsamen Weg finden. Aber wo gibt's denn das? Das ist natürlich, das meine ich ja. Da müssen halt dann zwei Leute aufeinandertreffen, die diese spirituelle Weite haben, um, um da möglichst unemotional drauf zu reagieren und dann zu sagen, doch, wir wollen zusammen sein, wir schaffen das. Es ist so schwer, gerade in der Partnersuche. Ich meine, Fakt ist, das geht ja nicht anders. Du musst für dich wissen, was willst du, was kannst du, womit gibst du dich nicht mehr zufrieden? Was ist die Idealvorstellung einer Partnerschaft? Und alles da drunter funktioniert für dich halt nicht, weil du musst halt wissen, was du willst. Aber das macht's ja schon so schwierig. Das macht's ja so schwer. Ja, natürlich. Also letztlich müsstest du in der Lage sein, deine ganzen Ansprüche wieder abzustellen. Weißt du? Ja, aber dann, genau, ja, voll. Aber dann bist, ja, absolut. Aber dann, aber dann bist du halt am Ende auch wieder unglücklich und dann fängst du wieder von vorne an. Ich glaube, mit, im Teenager-Alter ist man ja vielleicht so ein bisschen so, oh, verliebt in das erste Mal. So, warum, wann, wann, wie verliebst du dich das erste Mal? Da gehst du ja nicht nach, ja, das ist schon ein sehr intelligentes, junges Mädchen. Und ich glaube, dass eine, also eine potenzielle Frau, mit der man eine tolle Familie großziehen kann, nein, die ist hübsch. Oder die ist niedlich. Oder, oder fünf meiner Kumpels aus der Klasse finden die toll. Also finde ich die auch toll. Also da, da bist du ja von viel leichteren, einfacheren Trieben gesteuert. Aber du hast halt im Laufe deines Lebens Erfahrungen gemacht und diese Erfahrung muss man aber, glaube ich, wollte, ich wollte was anderes sagen, aber während des Satzes habe ich gemerkt, musst du vielleicht auch nochmal hinter, dich hinterfragen, ist das vielleicht auch zu viel, was du gerade von anderen erwartest. Und vielleicht auch in der Kennenlernphase zu, zu der Anspruch zu hoch. Vielleicht lernt man sich erstmal kennen und sagt, ja, es ist jetzt nicht gerade so das, was ich mir vorgestellt habe, aber wir gucken mal, ob wir da gemeinsam hinkommen. Weil es kann ja auch nicht sein, dass du, ich meine, so wird es ja bei anderen ja nicht sein, aber es kann ja auch nicht sein, dass du, dass du in den ersten Kommunikationen sagst, ja, also was auch, das möchte ich, das möchte ich, das möchte ich, damit komme ich nicht mehr klar, damit komme ich nicht mehr klar. Und das ist ein No-Go für mich. Das ist ja auch nicht, also ist schon scheiße. Das ist schon schwer, finde ich. Das, glaube ich, macht sie aber nicht. Ich glaube, sie nimmt schon was wahr beim Gegenüber. Ich glaube, sie ist da sensibilisierter und jetzt, wenn sie jemanden trifft, merkt sie sich, oh Gott, selbe Schema. Aber Grundsatzfrage, Grundsatzfrage. Ich habe jetzt gerade auch das Gefühl, dass die Welt so ein bisschen in die Richtung geht von, nö, ich komme auch ganz gut alleine klar. Ja. Ähm, ist das vielleicht, also natürlich ist das eine Option, aber ist das vielleicht auch mittlerweile so? Oder kann das ja auch nicht so das Wahre sein? Muss natürlich immer jeder für sich selbst entscheiden, aber ich höre halt immer mehr, ich komme ganz gut alleine klar. Ja, ich bin ganz gut alleine so. Kann ich mir meine Zeit einteilen? Kann ich machen, was ich will? Muss mich niemand unterhalten? Nö, 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 nö. Man kann sich das Single sein natürlich auch schönreden. Schönrede, aber ich meine, wir haben ja auch schon mal sehr oft darüber geredet. Wir sind ja letztlich, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir jetzt nicht mehr größtenteils finanziell auf eine Partnerschaft angewiesen sind. Ne? Das ist so, natürlich kommt es klar und klar, es klingt als unromantisch, aber wir haben es ja auch schon oft gesagt, früher musstest du aus finanziellen Gründen in eine Beziehung und hast geheiratet und so, weil, wie gesagt, Geld, Wohnen zusammen etc. Und heutzutage, vor allem in der Großstadt, kannst du ja alleine klarkommen. Und das ist auch gesellschaftlich nicht mehr verpönt, wenn du Single bist. Früher wurde es dir schief angeguckt, wenn, weißt du, ne? Ja, ja, aber jetzt zitiere ich einen Freund von mir, der sagt, letztendlich sind wir… Du hast keine Freunde. Doch, dich meine ich. Letztendlich sind wir alle Tiere und Tiere sind Rudeltiere. Ja, stimmt schon. Ja klar, deswegen fehlt uns ja auch was, auch wenn wir Single sind. Größtenteils, wir leben halt nicht mehr in einem Rudel, was es uns ja irgendwie auch schwerer macht, weil wir alles selber machen müssen und was ja auch ein bisschen dazu führt, dass wir überfordert sind. Ja, ich glaube, es ist entscheidend, es ist wichtig, mit sich alleine sein zu können. Es ist wichtig, sich nicht von anderen abhängig zu machen, aber ich bin halt auch wirklich so der Typ, der, ich kann alleine sein, aber ich möchte nicht alleine sein, weil mir fehlt dann schon die Zweisamkeit. Und auch Ausblick auf die Zukunft, ich finde die Vorstellung, im hohen Alter alleine zu sein, vielleicht auch kinderlos zu sein, finde ich nicht schön. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach der Standardsatz, den man sein Leben lang schon hört, der Richtige wird schon irgendwann kommen. Also ich, 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 ich finde das wirklich, ich finde das ist ein schweres, schweres, schweres Problem. Ich, ich, also ich meine, die Zuhörer und Zuhörerinnen von uns wissen das ja mittlerweile, ich bin ja schon ewig in einer Beziehung und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich bin alleine, Partnersuche, dann triffst du auf diese ganzen kaputten, gebrochenen, weil die Welt kaputt und gebrochen ist, wie wir es in der ersten Frage gesagt haben. Ey, na ja klar, wie soll das denn funktionieren? Ich, das, ich finde, das ist eine Sau, das ist eine sauschwere Nummer. Komm, Paartherapeut Alex, sag mal jetzt, was würdest du machen in so einer Situation? Guck, wie extrem sind deine Ansprüche? Kannst du irgendwelche Abstriche machen? Guck dir die Partner an, die du triffst, siehst du ein gewisses Schema? Dann sagt dir dieses Schema der Partner, auf die du triffst oder mit, die du datest, sagt ja auch sehr viel über dich selbst. Wie sehr fehlt dir eine Zweisamkeit oder kannst du alleine sterben? Vielleicht ist es nur die Angst, dass man nicht alleine sterben will, aber vielleicht ist es einfach voll easy und geil. Vielleicht lebt man in der Illusion, ich muss zusammen mit einem Partner und keine Ahnung, was sterben, aber vielleicht kannst du auch eine geile Zeit alleine haben. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Antwort darauf kann dir keiner sagen. Kann sie ja, aber sie will jetzt trotzdem eine Partnerschaft. De facto. Eine Partnerschaft wird nie komplett smooth sein. Das wird nie alles geschmeidig locker sein, weil einfach zwei verschiedene Personen involviert sind, zwei verschiedene Charaktere mit verschiedenen Bedürfnissen, mit verschiedenen Wünschen, die halt Kompromisse eingehen müssen und ein gemeinsames Leben führen müssen, das, sage ich mal, beide glücklich macht. So. Und wenn du alleine lebst, dann kannst du dir dein Leben, sage ich mal, so weit glücklich gestalten, abgesehen von dieser Zweisamkeit und Liebe und Zuneigung, die dir fehlt. Also quasi schon so, sei erst mal glücklich und dankbar, dass du offensichtlich in so einer Situation bist, dass du alleine sein kannst. Ja. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Grundbaustein, um, glaube ich, auch in einer Partnerschaft glücklich zu sein, weil sonst machst du dich davon abhängig und erwartest von dem Partner, dass er dir das gibt, was du dir alleine nicht geben kannst. Das ist ja immer so. Das erkennt ja jeder auch von sich selbst. In Momenten, wo du dich, wo du glücklich, erfolgreich bist, da teilst du diese Freude mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner und alles ist gut. Und in den Momenten, wo du dir das aber, wo du dich nicht so fühlst, erwartest du irgendwie auch vom Partner, jetzt komm doch mal her, jetzt kuschel mich doch mal von alleine. Jetzt gib mir doch mal einen Kuss. Jetzt sag mir doch mal, wie toll ich bin. So. Weil du dir das in dem Moment nicht selbst geben kannst. Wenn du dir das aber alles im Moment oder im Leben selbst geben kannst, schon mal ein großartiger Baustein. Und dementsprechend muss man, glaube ich, auch sagen, naja, ich stehe jetzt nicht unter dem Druck, eine Partnerschaft zu finden, weil ich eben nicht abhängig bin von einem eventuellen Partner. Und dementsprechend kann man, glaube ich, auch so ein bisschen bei seinen Standards bleiben, wie du auch schon sagst, aber seine Standards nochmal überprüfen. Ist das überhaupt realistisch, quasi eins zu eins die Person zu finden, die ich mir in meinem Kopf ausgemalt habe? Und ganz locker in diese Anführungszeichen Partnersuche zu gehen und zu sagen, na mal gucken, ich lerne Leute kennen, vielleicht auch über Dating-Apps und ich schreibe und ich kristallisiere raus, ist das eine potenzielle Partnerschaft für mich? Auch wenn natürlich nicht alles zu 100% perfekt ist, wird es niemals sein. Ich sage dir, auch wenn du den vermeintlich perfekten Partner findest, nach einer gewissen Zeit ist nicht immer alles perfekt. Das zeichnet ja auch eine Partnerschaft aus. Schafft man es, Krisen gemeinsam zu überwinden. Aber dann für sich zu sagen, ja okay, der war es halt wieder nicht, ist nicht schlimm, weil es hat sich nichts geändert. Ich bin nach wie vor alleine, aber ich bin glücklich alleine. Aber ich gehe jetzt einfach mal weiter und gucke, wie sieht es beim nächsten aus. Und wenn der nächste dann ähnliche Tendenzen hat wie du, ist das schon ein geiler Anfang. Ja. Das hast du jetzt sehr positiv, positiv toll, das Thema. Nicht beendet, aber ja. Naja, doch. Ich würde jetzt das Thema beenden. Einfach weil ich möchte nicht sagen, bleib doch allein, ist doch viel besser allein. Finde ich doof. Möchte ich nicht sagen. Verstehe ich. Aber jetzt sind wir beim anderen Punkt. Einer sollte vielleicht erstmal ein bisschen allein sein. Das ist eine Frage, die ist auch wirklich ernsthaft. Da würde ich gerne direkt am Anfang der Frage, also beziehungsweise nachdem ich sie gesagt habe, was zu sagen. Aber ich lese sie erstmal vor. Marco schreibt, meine Freundin hat vor zwei Wochen Schluss gemacht, da sie meinte, dass sie nicht weiß, was sie will. Wir haben aber jeden Tag Kontakt. Das Problem ist, ich kann nicht mit ihr, ich kann aber auch nicht ohne sie. Ich habe Suizidgedanken deswegen und ich kann nicht mehr. Was kann ich tun? Wie bekomme ich sie wieder? Und direkt am Anfang, wenn jemand da draußen, egal worum es geht, Suizidgedanken hat, ist das der erste Schritt, sofort sich Hilfe zu suchen. Sofort. Sofort. Weil kein Podcast, kein Kumpel und wir sind ja hier Freunde untereinander, kann dir in solchen Momenten helfen. Du brauchst da professionelle Hilfe. Das heißt, wenn Marco gerade oder wer auch immer gerade suizidale Gedanken hat, bitte sucht euch Hilfe. Geht zu einem Arzt, der weiß, was zu tun ist, ruft die Telefonseelsorge an, ist auch in den Shownotes hier verlinkt, beziehungsweise steht die Telefonnummer drin, ruft dort an, redet darüber und unterhaltet euch mit professionellen Personen, die euch an dieser Stelle helfen können. Ist erstmal das Allerwichtigste an dieser ganzen Geschichte? Tausendprozentig, ja. Also dieses Suizidding hat mich jetzt auch echt rausgehauen. Alles andere klang für mich normal, aber das mit Suizidgedanken ist nicht gut. Und ich kann vorab nur sagen direkt an Marco, kein Mensch der Welt, egal Mann, Frau, was auch immer, darf den Einfluss auf haben, dass du das Gefühl hast, dich umbringen zu wollen. Kein Mensch. Ganz genau. Ganz genau. Auch grundsätzlich, wieder der Bogen zur ersten Frage, egal wie schlimm es gerade ist, egal wie abgefuckt die Welt gerade sein mag, es ist dein Leben und dein Leben ist unfassbar wertvoll und an diesem Leben musst du bitte, bitte, bitte festhalten und dir ganz, ganz schnell professionelle Hilfe suchen. Nehmen wir diesen Aspekt jetzt weg. Ich habe ihn mit reingebracht, weil er ihn geschrieben hat und weil er extrem wichtig ist und wir aber ganz klar gesagt haben, egal was wir sagen oder egal was deine Familie dir sagt oder deine Freunde dir sagen, wenn du diese Gedanken hast, musst du professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist der erste Punkt. Deswegen würde ich jetzt sagen, gehen wir auf die anderen Sachen ein. Ja. Die Freundin hat vor zwei Wochen Schluss gemacht. Sie haben jeden Tag Kontakt. Da sehe ich schon mal den ersten, das erste Problem. Ja. Also erstmal ist es super frisch. Zwei Wochen ist keine lange Zeit, ja. Und das klingt einfach noch sehr frisch und sehr nicht abgeschlossen, auch wenn es, sag ich mal, beendet wurde. Aber das Ding ist noch, das ist noch heiß oder lauwarm, sag ich mal. Das sich da zu lösen oder das richtig abzuschließen ist, bin ich der Meinung fast unmöglich. In zwei Wochen. Oder wie siehst du das? Absolut. Ja, total. Also Marco hat jetzt leider nicht geschrieben, wie lange sie zusammen waren, aber ist ja egal. Seine Gefühlswelt sieht ja jetzt so aus, wie sie aussieht. Wir haben ja eine ganz tolle Folge über das Thema Trennungen gemacht. Ich glaube, das ist die Folge sogar hier vor. Kann das sein? Folge 18? Weißt du es? Hast du es im Kopf? Wo muss ich passen? Ich glaube, ja. Und da haben wir ja auch einige Punkte gesagt, die bei einer Trennung wichtig sind. Ich glaube, Marco wird die aber gehört haben, weil er kommt ja nicht aus dem, kommt ja nicht einfach so auf uns. Wird ja schon eine Folge gehört haben, wahrscheinlich die Trennungsfolge. Ich glaube, diese Punkte sind wirklich extrem wichtig und extrem hilfreich. Und der erste oder einer der ersten Punkte war halt wirklich Kontaktabbruch. Und das ist so entscheidend, den Kontakt abzubrechen, weil ich das auch in der Folge gesagt habe, jetzt geht es nicht mehr darum, wie kommen wir wieder zusammen, sondern jetzt geht es darum, wie akzeptiere ich diese Situation. Und das ist das Ziel nach einer Trennung. Akzeptanz der jetzigen Situation. Loslassen mit dem Gedanken, vielleicht kommen wir ja wieder zusammen. Aber es war doch alles so toll. Das ist doch aber meine Traumfrau. Ja, vielleicht war es alles toll. Vielleicht war es aber auch alles scheiße. Und wir glorifizieren einfach alles nach einer Trennung. So wie wir es halt machen als Menschen. Weil unser Gehirn ist ja so programmiert. Wir denken an die guten, schönen Zeiten, weil sonst würden wir alle kaputt gehen. Wenn wir immer daran denken würden, wie schlecht die Welt ist und wie schlecht unsere Vergangenheit war oder so, dann würden wir das nicht ertragen können. Und deswegen ist unser Gehirn so programmiert. Wir behalten die positiven Sachen länger im Kopf und stürzen uns darauf. Was ja auch grundsätzlich gut ist. Aber es geht darum, man muss damit abschließen. Und jeglicher Kontakt ist halt falsch. Das ist halt so, als wenn du eine Wunde hast und jedes Mal, wenn sie gerade so ein bisschen verheilt, guckst du hin und sagst, ach, guck mal, da reiße ich doch mal wieder die Wunde auf. Das geht nicht. Das geht nicht. Da darf kein Kontakt herrschen. Ja, aber das ist so leicht gesagt, Mann. Das ist... Aber da musst du dich... Ja, aber da musst du dich... Ja, ja, ja. Du bist da so ein Tafra-Typ. Ich glaube, du bist da einfach... Nee, bin ich nicht. Bin ich nicht. Null. Null. Bin der Schlimmste da drin. Bin der Schlimmste da drin. Also ich kann mich komplett mit Marco identifizieren in der Situation. Also es ist so, oh, dann hat man noch Kontakt und dann, du weißt doch, sobald man sich getrennt hat, dann ist der Kontakt auf einmal voll nett und voll liebevoll und hey, wie geht's dir und ne? Also in der Beziehung wahrscheinlich, keine Ahnung, haut man sich die Köpfe ein so ungefähr und dann trennt man sich. Nein. Und dann ist man wieder voll lieb und nett und das löst dann wieder was in dir aus, dass du denkst, oh Mann, vielleicht geht's ja doch und das klingt so on-offig noch. Und ich kenne das. Ich finde es auch voll schwer. Man hat immer halt den Gedanken, Mann, na gut, vielleicht geht's ja doch noch. Und ich meine, es ist doch toll, was wir hatten. Ey, wer kennt's nicht? Ich finde ja deinen Ansatz komplett richtig. Absolut. Also am besten echt den Kontakt abbrechen und was auch immer, Instagram entfolgen, Facebook entfolgen, was auch immer. Aber ich tue mir da auch immer schwer mit. Immer. Total. Ich absolut. Natürlich. Ich auch. Die Frage, die letzte Frage, die Marco gestellt hat, wie bekomme ich sie wieder? Und ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt und das tut mir so im Herzen weh, dass ich das sagen muss und das ist so schlimm. Aber das kann nicht das Ziel sein. Das Ziel kann nicht sein, wie bekomme ich sie wieder? Es sei denn, Marco hat irgendeinen Scheißfehler gemacht, irgendwie Scheiße gebaut und will um diese Frau kämpfen. 100%. Dann lass dir was einfallen. Also nehmen wir mal an, Marco und seine Freundin waren zusammen und Marco ist ein Ausrutscher passiert und ist fremdgegangen und er liebt aber diese Frau wirklich und er bereut es so sehr. Dann kämpfe. Aber er sagt, die Freundin hat sich getrennt, weil sie nicht weiß, was sie will. Du kannst diese Person nicht dazu zwingen, dass sie plötzlich weiß, was sie will. Du kannst diese Person nicht zwingen, mit dir zusammen zu sein. Willst du denn auch mit einer Person zusammen sein, die sich nicht sicher ist, ob sie dich will? Nein. Nein. Das willst du nicht. Und ich habe neulich erst so einen schönen Satz gehört, wenn du nach einer Trennung wieder mit derselben Person zusammenkommst, dann kommst du nicht mit dieser Person zusammen, weil du sie liebst, sondern du kommst zusammen, weil du diese Erinnerungen, die positiven Erinnerungen liebst. Es gibt einen Grund, warum ihr euch getrennt habt. Und nach einer gewissen Zeit stelle ich auch, glaube ich auch ganz fest dran, können Menschen sich mit sich selbst beschäftigt haben, sich jeder für sich so entwickelt haben, dass es dann wieder passt. Aber man hat sich jetzt erst mal getrennt und die Ex-Freundin wollte es so. Und dementsprechend kann nur dieses Ziel sein, wie schaffe ich es, mit dieser Situation klarzukommen. Und es gibt diese bescheuerte 5-Sekunden-Regel und auch die ist sauschwer. Wenn du etwas nicht machen willst, wenn du sagst, es fällt mir so schwer, dann zähl bis 5 und dann mach es einfach. Oh, der Kopf muss weg. Und du zählst bis 5 und du hast das Gefühl, ich muss hier jetzt schreiben, dann zählst du bis 5, 1, 2, 3, 4, 5 und du machst etwas, wo dein Handy nicht in der Nähe ist. Du machst etwas anderes. Du zählst bis 5 und du gehst raus. Du gehst spazieren, du rufst einen Kumpel an, du machst die Playstation an, du machst eine Serie an oder was auch immer. Du musst aus dieser Situation, aus dieser Gedankenwelt rauskommen. Das kann das, Alex, das kann das einzige Ziel sein, um Abstand zu gewinnen. Du warst, du warst verliebt. Du warst mit Sicherheit unglaublich verliebt in die Mutter deiner Kinder. Jetzt, Jahre später, sitzt du vorm Handy und denkst, ich würde ihr jetzt schon gerne schreiben, weil ich sie so vermisse? Wie? Jahre später? Nein. Ja, nein. Nein, natürlich nicht. Und so ist das. Natürlich nicht. Und es hat nicht Jahre gedauert. Es hat nicht Jahre gedauert. Nein. Und so ist das irgendwann. So ist das irgendwann. Du musst dir aber erstmal die Zeit geben, den Abstand zu haben und dann wird der Kopf auch klarer. Und gerade bist du, Marco, nur emotional getrieben. Und aus dieser Emotionalität muss man rauskommen. Und das Ziel, ich kann es nur immer wieder sagen, kann nicht sein, wie bekomme ich sie wieder? Wenn sie dich zurück will, wenn sie darüber nachgedacht hat, wenn dir klar geworden ist, was sie doch wirklich will, dann kommt sie auf dich zu. Und dann kannst du für dich entscheiden, bin ich immer noch an dem Punkt, dass ich es will oder bin ich es nicht mehr? Aber was willst du denn machen, als zu akzeptieren? Und akzeptieren funktioniert nicht, indem ihr jeden Tag darüber schreibt, wie schön das mal war. Das stimmt. Ich bin jetzt mal der Einfühlsame. Ich bin jetzt mal der gute Bulle. Du hast absolut recht mit allem, was du gesagt hast. Absolut. Aber diese Fünf-Sekunden-Regel, fuck it, Alter. Das kannst du bei mir machen. Ich mache das und dann sage ich, nee, ich schreibe der jetzt nicht. Dann mache ich es fünf Sekunden nicht und ich sage dir, spätestens am Abend bin ich wieder in der Situation, dann mache ich es nochmal nicht und am nächsten Morgen habe ich es getan. So, ich bin einer, der so oft auf die Fresse fallen muss, bis er begriffen hat, dass es vorbei ist. Und vielleicht ist Marco ja auch der Typ. Vielleicht, er klingt auf mich, für mich wie ein sensibler, empfindsamer Mensch, der seine Ex-Freundin liebt und natürlich die Hoffnung hat, mit ihr wieder zusammenkommen zu können. Okay, dann muss man das ein bisschen, nee, dann muss man das ein bisschen abstrahieren. Ich weiß, pass auf, ich muss das jetzt so sagen und ich kann das selbst nicht, ne? Sowieso. Hier die Ratschläge, die wir ja geben, selbst umsetzt, ist a totally different story. Das ist was ganz anderes. Aber vielleicht gibt es jemand, der schafft. Ja, genau. Naja, aber das muss ja das Ziel sein, dass man da irgendwie hinkommt. So, und jetzt nehmen, pass auf, jetzt abstrahieren wir das ein bisschen. Marco ist unglaublich verliebt in seine Ex-Freundin. Schön. Seine Ex-Freundin ist aber nicht mehr verliebt in Marco. Hart. Total hart. Aber ich kann mich jetzt auch unglaublich verlieben in Britney Spears. Ja, ich bin jetzt unglaublich verliebt in Britney Spears. Aber Britney Spears ist nicht in mich verliebt. Ja. Und ich kann Britney Spears nicht dazu zwingen, dass sie mit mir zusammen ist. Und Marcos Ex-Freundin war auch mal Britney Spears für ihn. Die kannten sich nicht. Die hatten nie irgendwelche Kontaktpunkte. Jetzt haben sie die, ja. Aber sie will das nicht. Und ich denke mir, dass umgekehrt, ich war auch in umgekehrten Situationen, wo ich mich getrennt habe und dann schreibt die Freundin immer und immer wieder. Und das fällt auch demjenigen, der sich getrennt hat, so schwer. Ich glaube, da muss man auch vielleicht ein bisschen Respekt haben. Die Freundin, der tut das vielleicht auch extrem weh. Und jedes Mal habt ihr Kontakt und jedes Mal schreibt ihr. Das funktioniert nicht. Und da muss man dann ab einem gewissen Punkt knallhart erwachsen sein, auch meinetwegen, jetzt diesen Moment, diesen Schritt gehen und vielleicht nochmal einmal den Kontakt zu der Ex-Freundin suchen und sagen, pass auf, was ich für dich empfinde, weißt du, ich liebe dich. Ich will mit dir zusammen sein. Ich kann mir aktuell ein Leben ohne dich nicht vorstellen. Aber wir müssen jetzt erwachsen sein. Entweder wir müssen jetzt beide den Kontakt lassen. Ich möchte auch, dass du dich nicht mehr meldest. Oder wir beide sagen, hey, wir gucken, wo es hinführt. Wir versuchen es. Dann ist das auch in Ordnung. Aber du kannst nicht ständig Nachrichten von der Ex-Freundin bekommen oder der Ex-Freundin Nachrichten schicken. Das geht nicht. Natürlich machst du dich da kaputt. Ja, absolut. Und gerade wenn du derjenige bist, der verlassen worden ist. Das geht nicht. Und da muss man auch einen Anstand und Respekt dem Ex-Partner gegenüber haben und vielleicht ihn auch nicht damit nerven. Es war vielleicht auch für diese Person ein schwieriger Schritt. Und jetzt lasst euch in Ruhe, verdammt. Und ich sage dir eins, ich kann das selbst nicht. Ich bin da selbst ganz doll schlecht drin. Ich weiß noch, wie mein Vater vor mir stand und gesagt hat, Christopher, hör doch mal jetzt auf damit. Hör auf zu heulen. Reiß dich doch jetzt mal zusammen. So. Und das ist hart und das ist knallhart. Und das, was ich sage, ist auch hart und knallhart. Aber es ist letztendlich die Wahrheit. Ja, aber so jemanden braucht man, der hart ist und einem das sagt. Und genau. Und ab einem gewissen Abstand sitzt du da und sagst, ja, es musste auch knallhart sein. Aber Marco wird und muss an diesen Punkt selbst kommen. Und es wird lange dauern, Marco. Es kann ein Jahr dauern, vielleicht dauert es sogar auch zwei Jahre. Aber de facto ist irgendwann kommst du an den Punkt, wo du zurückblicken wirst und sagen wirst, okay, nee. Es ist so, wie es gelaufen ist. Gut. So. Es ist gut. Und es hätte nicht anders funktioniert. Du hattest keinen Einfluss mehr darauf. Aktuell befindest du dich in der schlimmsten Phase überhaupt. Liebe ist eine Droge. Es ist so. Und wenn man dir diese Droge wegnimmt, dann bist du wie ein Drogenabhängiger und du würdest alles tun, um diese Droge wiederzukriegen. Und dieser Entzug dauert bei der Liebe ebenso lange. Also vielleicht manchmal sogar länger als bei einer Droge. Keine Ahnung. Also kommt auf die Art der Droge an. Weißt du, was ich meine? Und es macht mit dir körperlich was. Es zieht dich runter. Du bist komplett neben der Spur. Und es dauert seine Zeit. Und vielleicht musst du ein paar Mal noch auf die Fresse fliegen, bis es irgendwann angekommen ist und du begriffen hast, dein Kopf begriffen hat, dass es vorbei ist und dein Körper versteht, dass es vorbei ist. Und dann geht es in einen neuen Abschnitt. Ja. Ich glaube, wir haben dazu alles gesagt. Wir können es nachvollziehen. Ich glaube, jeder, der mal verliebt war und eine Trennung durchlebt hat, kann das sehr gut nachvollziehen. Die Suizidgedanken sind natürlich das, was wir am Anfang adressiert haben, was absolut wichtig ist, das mit jemand Professionellem zu besprechen. Ist hart. Ich kann nur wieder einen meiner Lieblingssätze zitieren. This shall pass too. Auch das geht vorbei. Und auch wenn man das jetzt gerade nicht sieht, aber auch das geht vorbei. Und da muss man einfach das Vertrauen haben, dass es so ist. Und es ist so. Ja. Es ist so. Alex, wir haben sehr, sehr lange gemacht heute. Und trotz technischer Schwierigkeiten, wir können es an dieser Stelle auch nochmal sagen, auch diese Aufnahme haben wir dreimal gestartet und haben sie mittendrin abgebrochen, weil die Telefonleitung auch nicht funktioniert hat. Nichts funktioniert. Und dann ist das eine sehr schöne Wiedereinstiegsfolge geworden, finde ich. Fand ich auch. Fand ich auch. An alle da draußen nochmal vielen, vielen Dank für euer Vertrauen, eure E-Mails. Wie gesagt, seid nicht böse oder traurig, dass wir nicht auf alles eingehen können. Wir würden das gerne, aber dafür fehlt halt wirklich die Zeit. Wir hoffen, ihr konntet aus der Folge was mitnehmen. Ich glaube, manchmal ist es auch in so einer Situation, wenn man sagt, mir wird alles zu viel wichtig, dass man weiß, man ist da nicht alleine. Ich glaube, Alex und ich haben es auch ganz klar gesagt, wir können euch alle nachvollziehen. Uns geht es teilweise nicht anders. Niemals aufgeben. Sucht euch Leute, mit denen ihr reden könnt. Sucht euch Hilfe, die euch auch vielleicht in schwierigen Situationen, wenn ihr mehrere Jobs habt, wenn das mit den Kindern schwierig ist. Sucht euch Leute, die euch unterstützen können. Freunde, Familie. Nehmt Hilfe an. Es ist so wichtig, weil gemeinsam ist man einfach viel, viel stärker. Wenn ich den Podcast hier alleine mache, dann ist der nicht ansatzweise das, was ich mit dem Podcast erreichen kann, wenn der wunderschöne junge Mann Alex dabei ist. Deswegen, ja, ich weiß auch nicht, warum ich auf deine Optik gegangen bin. Ich meine, charakterlich wunderschöner junger Mann. Es ist einfach so. Es ist zu zweit einfach oder mit mehreren Personen einfach viel, viel schöner. Man ist viel stärker. Das heißt, lasst euch nicht hängen. Gebt euch nicht auf. Sucht euch Hilfe. Hört uns weiterhin. Vielleicht hilft euch das auch. Wir freuen uns sehr. Wenn euch das gefällt, ihr kennt das Spiel. Teilt den Podcast. Kommentiert dort, wo ihr kommentieren könnt. Abonniert uns. Gerade bei Spotify ist es auch extrem wichtig. Also bei Apple Music genauso. Wenn ihr eine positive Bewertung hinterlasst. Wir haben jetzt, wir sind bei 4,9 von 5 möglichen Sternen bei Spotify. Wir sind extrem gut bewertet. Dank euch. Das bedeutet uns sehr viel. Und ich drücke uns allen die Daumen, dass sich das alles ein bisschen bessert. Dass wir alle ein bisschen empathischer, offener, freundlicher werden. Und gerade jetzt im Sommer und Frühling, Frühling und Sommer, so rum hätte ich sagen sollen. Ich glaube, da bin ich sehr optimistisch, dass auch unsere Stimmung steigen wird. Genau da wollte ich ansetzen. Ich wollte sagen, die Sonne scheint, der Frühling ist da, steht vor der Tür und der Sommer kommt. Also es kommt eine richtig, richtig, richtig tolle Zeit auf uns zu. Und der Herbst und Winterfrust, der kann schön, schön unter das Bett gekehrt werden. Wir sind nächste Woche wieder da. Vielleicht schon mit Videos, vielleicht aber auch noch nicht. Das liegt nicht in meiner Macht. Habt eine schöne Woche und passt unbedingt auf euch auf. Und vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid und dass ihr uns zuhört. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ratschläge unter Freunden